Und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu diesem kleinen Update auf meinem Kanal. Zu den Let's Plays, aber auch noch zu anderen Sachen. Ja, wie soll ich anfangen? Mir ist vor einigen Tagen ist mir der PC abgeschmiert. Und zwar nicht nur in Form von Blue Screen und alles ist wieder da und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, komplett abgeschmiert. Und mir ist Windows beschädigt worden, alles ist in DUT jetzt. Und ich habe jetzt den PC neu aufsetzen müssen. Ich habe irgendwie versucht was zu retten. Also retten ist jetzt glaube ich nicht der richtige Begriff gewesen. Weil im Prinzip war alles weg. Selbst persönliche Dateien sind zum Teil beschädigt worden. Und ja. Also diese ganze Kiste hat zwei sehr schwere Folgen für mich. Und zwar die erste ist, die kompletten Minecraft, also dieser Minecraft Spielstand, den ich mir angelegt habe, auch für den Kanal. Der ist weg. Komplett weg. Also ich hatte nicht die Zeit, das irgendwie zu exportieren oder so. Ich depp habe auch nicht gedacht, dass der irgendwie, dass mein PC jetzt anfängt Windows zu beschädigen. Nächstes Mal passe ich besser auf. Aber egal. Tatsache ist, Minecraft Spielstand ist weg. Den Kram, den ich mir in den letzten acht Folgen da zusammengespielt habe, wird höchstwahrscheinlich dann die erste kaputte Staffel sein davon, was mir wirklich leid tut. Muss ich ehrlich sagen. Weil es ist, ja, wenn man sich was vorgenommen hat und man bekommt es nicht fertig, das ist doch irgendwie traurig. Das ist, nee, finde ich nicht gut. Aber es geht halt nicht anders, weil, und jetzt komme ich zu dem zweiten, zu der zweiten Folge, dieses verheerenden Zwischenfalls, nennen wir es mal so. Meine Festplatte hat sich, hat irgendwie Schaden bekommen davon. Also Spielen geht noch, Aufnehmen, wie ihr vielleicht seht auch noch, also mit Audio zumindest. Und, ähm, aber die Lese- und Schreibgeschwindigkeit der Festplatte ist für einen Arsch. Um es auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, das heißt, ich kann also so, ähm, ja, so Low-Level, ich nenne es jetzt mal Low-Level, ähm, Spiele, also das hört sich so komisch an, auf jeden Fall diese Spiele, die geringe Anforderungen haben. LOL, Minecraft, was habe ich noch? Skyrim hat für mich noch, also für meinen PC noch geringe Anforderungen. Das läuft da offenbar noch. Ich muss nochmal gucken, wie das läuft insgesamt, weil ich habe mir noch nicht alle Mods draufgezogen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, all diese Spiele, die laufen zwar noch, aber mit so einer beschissenen Framerate, dass das Aufnehmen gar nicht möglich ist. Beziehungsweise bei Minecraft ist das so, ist das jetzt mittlerweile so, spielen selber 120er oder sogar mehr Frame, aber, ähm, aufnehmen läuft dann bei 5 Frame, weil eben die Festplatte das gar nicht verarbeiten kann. Ich habe das alles schon versucht mit externen Festplatten und so weiter und so fort, alles schon ausprobiert. Ey, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, es ist ein Tod. Hm. Das heißt, so leid es mir auch tut, mir persönlich oder auch jedem, die das halt, die sich das dann halt gern reingezogen haben, was ich da so auf YouTube draufgeworfen habe oder generell auf den Online, ja, in die Online-Welt hinein. Ähm, es wird, es wird generell keine Videos geben jetzt für die nächsten, für die nächste Zeit. Es kann sich um Wochen handeln, es kann sich um Monate handeln. Ähm, weil das Problem ist, jetzt habe ich wieder gewisse Zeitprobleme, die sich dazwischen stellen. Und, äh, bis ich den Kram erstmal gefixt habe, bis ich erstmal meine ganzen Dateien, die ich noch brauche, erstmal wieder hergestellt habe, das dauert ewig. Äh, ich habe so mit Ach und Krach nochmal irgendwie, äh, Vegas noch draufbekommen, Audacity und Fraps. Ähm, und es geht einfach nicht. Ne, und in dem Sinne, ich hatte gehofft, das Jahr wird wirklich gut enden, so gut enden, wie es gut angefangen hat. Ich habe wirklich in diesem Jahr viel gelernt zu meiner, ja, zu meiner Karriere oder zu meinem Hobby. Ich weiß nicht, ob man das als Karriere bezeichnen kann. Ich glaube, ich betrachte es mehr als ein Hobby. Ähm, und zu meinem Hobby als YouTuber habe ich verdammt viel gelernt. Nicht auch noch dank, ähm, nicht zuletzt dank euch, also meinen Zuschauern, weil ich wurde auch schon öfters darauf hingewiesen, wie ich was besser machen kann. Ich habe selber auch nochmal überlegt, äh, wie stellst du dir dann so ein richtiges Let's Play von mir selber vor? Und es ist ja so eine Sache des Hinterfragens. Ganz einfach, man muss sich ja auch selber hinterfragen bei so einer Kiste. Bin ich denn wirklich in der Lage dazu, das gut darzustellen? Es ist bei mir holprig angefangen. Äh, fangen wir mal damit an, dass ich meine, dass ich meine Audio-Dinger über Fraps aufgenommen habe und nicht über Audacity. Das war auch ein Fest für alle, die sich das angeguckt haben. Ähm, weiterhin gehen zu den kaputten Formaten. 4 zu 3 habe ich ja auch lange aufgenommen. Ich glaube, ein 2 Drittel macht das locker aus. Also das ist genug. Genug, um das Bild eines YouTubers zu formen. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich bedanke mich bei jenen, die mich in diesem Jahr unterstützt haben. Ob es jetzt in diesem Jahr was Neues von mir persönlich gibt, kann ich noch nicht sagen. Weil, ähm, wenn ich Glück habe, ist es tatsächlich nur die Festplatte. Dann lässt sich das vielleicht sogar noch in den nächsten Wochen beheben. Wenn ich Pech habe, dann ist tatsächlich da irgendwas in dem Mainboard kaputt oder so. Und dann ist wirklich Holland in Not. Um es jetzt so aus meiner Gegend zu sagen. Dann ist wirklich, äh, kannst du es vergessen. Weil am Mainboard, am Mainboard fange ich ja... Ah, Mann, ey. Am Mainboard fange ich jetzt nicht an rumzufummeln, wenn ich in ein paar Wochen dann den neuen PC... In ein paar Monaten den neuen PC bekomme. Das ist doch lächerlich dann. Ja, und wenn ich mir da nachher noch was verschlunze, dann kann ich das vergessen, mit dem... Mit meinem alten Schätzlein noch zu arbeiten. Also das ist... Nee, das lassen wir mal lieber. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich bei jenen, die mich unterstützt haben. Jetzt nochmal zurück zum Anfang. Ähm, ich werde auf jeden Fall dann für die nächsten Wochen natürlich dann einen unfreiwilligen Urlaub einlegen. Und, ähm, ja, was gibt es denn sonst noch zu sagen? Ich hoffe einfach, dass ich dieses Jahr wieder anfangen kann. Und dass es einfach nicht eine Zeit ist, die sich ins Ungewisse hinein herausstreckt. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt schweren Herzens für die nächste Zeit, auf, ja, auf unbestimmte Zeit bis jetzt. Und, äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play, was auch immer. Und bis dahin, mach's gut! Und, äh, ja, ja, jetzt geht'sthis.